Und jetzt geht weiter mit dem schmutzigen zweiten Part. Geht weiter in aller Fische. Naja, ob ich so frisch jetzt noch bin? Das ist die andere Frage. Ne, halb müde hier in dem Drecksstall. So. Ah ja. Jetzt fängt er an die Ringe zu bezahlen. So gnadenlos. Und? 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 Tschüss Sikowski. Ihr wollt bestimmt auch sehen, wie es da aussieht. So Leute. Ne Schlägerei da oben. Eier. Wir brauchen Eier. Ja. Und die sowieso. Das dauert alles zu lange nicht weit. Nächste Mann. Macht sich vom Acker, du schädige Sau. So. So sieht das aus. Ja. Und tschüss. Ja. Kriegst nochmal 8 Mäuse. Ne, 10. Entschuldigung. Das ist ein Staubfänger hier. Was hältst du von dem? Eigentlich muss der mal durchlaufen. Könnt du marschieren, du. Naja, wenn du das sagst, ist dring vorbei, Alter. Gute auch nicht. Jajajaja. Jajajaja. Hier jetzt mach mal ein Worte. Äh, das ist doch nicht mehr da was sein. Da müsste er direkt anknüpfen an die Eier. Oh, jetzt ist er auch so. Weißt du, so ähnlich wie der und dann waren beide da links, rechts, vorne. Ein wenig macht er da aus. Keiner damals vermutet aber. Aber bringt ja nichts. Das ist ein Schmutzballer. Wenn ich so spiele, habe ich immer mehr Erfolg. Wenn ich ihn immer so langsam laufen lasse, habe ich ja keinen Bock drauf. Das sind immer Zwiebeln, oder? Nee, aber so, keine Ahnung, wenn ich ihn so mit so schnellstopperei, keine Ahnung, ist irgendwie mal besser. Ja klar, das hat er abtürnt. Tote Baustelle hier. Ja klar, ja. Vorher will er auch noch ein, mit diesen 20 Steps. Kräfer auf, da sehen Sie das Auge nicht mehr. Nee, was für schwer das ist. Ja, ja, so, wo wir auch. So Leute, gehen wir direkt rüber hier. Wie gesagt, Part 2. Wie gesagt, hier wird jetzt weiter gnadenlos auf 2 Euro gespielt. So, ich bin mal gespannt. Vier Minuten ist jetzt gedreht. Ja, 8 Minuten vollkrecht. Ich glaube ich nicht mal, wenn es keine Spiele gibt, oder irgendwas. Mal so 40er Bilder, oder irgendeine Piss. Steiniere. Time. Ja, das ist gut. стр Mal... ... ... ... ... Schwerer Kandidat. Schwer zu sagen, könnte eigentlich noch mal reingehen, auch ganz krumm, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, das ist schwer jetzt zu sagen für mich, schwere Tendenz, Alter. Der macht so nix, aber der könnte dann was halten beim Himmel, so weiß ich nicht. Aber ich denke, der ist ja nix, auf zwei Euro, man. Da sind ja noch 30 Euro auf zwei Euro, ist ja nix. Da sind wir 3,80 Euro auf 20 Cent. Da sind wir 3,80 Euro, woher die Kandidat ist. Und ja, das ist ja nix. Da sind wir 4,80 Euro. Mehr wäre das nicht. Ah ja, guck mal der Uhrensohn, mach mal eine mehrfach. Das wäre 800, Alter. Das ist schon ein Unterschied, 160 zu 800. Mann, Mann, Mann. Jetzt direkt Bücher hinterher. Dann könnte hier irgendwas passieren. Sag mal so, bis maximal, wenn er bis 200 reingehen würde, wäre ich schon Optimum. Könnte der sich aufbauen, doch. Jetzt gehst du jetzt nicht runter. Jetzt geh ich hier. Brotal geh ich jetzt hier durch, Alter. Brotal, Alter. Brotal, Alter. Ich spieler das hier komplett runter. Interessiert mich nicht. Wie bitte? Ich bin sicher, aber soll ich mit 200 Euro sein? Jetzt, Hundesohn. Ich sag ja, wenn er bis 200 Euro reingehen würde, dann könnte was passieren, weißt du? Ja, und dann würde ich gerade sagen. Ja, ja. Alles locker, alles locker. Das macht ja doch keine zittrige Hand hier, ey. Was? Mach doch auf, du Hund. Was? Wie ist das denn? Das ist ein Saukerl hier, du. Das ist ein Saukerl. Was ist ein Saukerl? Und jetzt? Das ist ja schwächig, aber. So Leute, geht weiter. Mal kurz pissen. Ja, da noch zwei schöne Bücher zwischen. Da. Ja, da sind die. Genau so, ey. Dreck so. Könnte ein Staubfänger werden, ja. Das mach ich doch. Könnte ein Staubfänger werden. Ja, Ruf, wie macht die Flut denn? Bitte? Wenn Kaulais heute renoviert wird. Ja. Na, ist doch gut, Mann. Hier soll mal ne dicke Füllung kommen. Komm jetzt mal rein, du Sackkappe. Ja, komm jetzt. Ey, ich höre schon wieder. Cool, das hier. Mein Gott, er kommt da rein, du Arschgeiger. Ja, noch. Ja, diegad, der ist. Ich bin auch immer mit Staubfänger unterwegs. Ich kann mich super ausversteigen. Ja, mach jetzt. Kurz vor der Pause, entweder macht er jetzt einen fitter oder der ballert den komplett ab hier. Hat ja noch 10 Minuten, Alter, weißt du was das heißt? Bis dahin bist du hier mausetot, wenn er nichts macht. Nein, 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 die Gewinner sind auch zu weit. Meine Fresse. Ja, da fliegen die alle vorbei. Sind hier noch Blockbücher. Naja. Wird er über 100 reiche, wird er dich verstorben. Ja, das ist, weil ich auch immer mit Staubfänger unterwegs bin. Wenn ich alleine bin, dann läuft das meistens. Wenn er 130 reiche und so lange tot ist. Meine Fresse, komm mal rein, du Arsch. Das ist nicht mehr so wie vorher, Alter. Die Pflichtansagen, Junge, die gibt es nicht mehr, Junge. Selten der, die eine mit dem Säbel hier verpassen will, dann verpasst du hier eine. Ach, ja. Ja, ja. Noch mal so 4 Hood Boys hier, weißt du ja, von 400. Normalerweise spielt so, wie gerade. Irgendwie so was kippen. Auch schon in der Landhänger, ja. Ewigkeiten nicht, Mann. Er wird schmutzig hier, da. Ganz schmutzige Batterie ist das. Mein Gott, du Uhrenbott. Das war 5 vom Dicken, oder? Ja, jetzt muss noch was Vernünftiges kommen, ne? Er reicht doch, 2, 3 Kilo rein. Ja, 250 war der. König, ne? Dame. Ja, gut. Nee, Dame ist okay. Im Normalfall. Komm mal langsam, ne? Naja. Ist ja okay. Guck, Dame ist eigentlich mal gut. Also für mich Dame gut. Besser als Asse. Das mache ich bei mir ja nichts mehr. Jetzt noch ein Fullbild oder Verlängerung. Und was ist das? Ja, nimm mal das Tablett da her. Bisschen Hunger. Ja, danke dir. Guck mal. Guck mal. Auch wieder nix. 1x4. Das Schwach. Mann. Das ist fast halt. Ja, guck mal. Das ist wieder so ein Ding, weißt du, der bleibt jetzt auf 250. Weißt du, und gleich poppt der dich ab hier. Nein. Nein, Leute. Schau. Gleich ist es wie ihm. So, Leute. In Part 3 geht es weiter. 2x4. 2x4.